Ach, ich hätte durch Korn gehen können. Aber egal. Sonst warten ist ja nicht schlimm. Oh mein Gott. Also gegen den Endgegner ist die Kopf echt gut. Oh mein Gott, Wasserfall. Wow, das ging nochmal gut. Aber hey, fuck, fuck, fuck. Ja, ich trottel muss noch reingehen. Was ich mich jetzt frage, wie komme ich an die Sachen ran? Ach, ich lasse mich von oben einfach fallen. So komme ich auch schon irgendwie ran. So. Wow, das ist gleich zweimal Leben. So, jetzt hier. Und jetzt die ganze Zeit links drücken. Gut, ein Leben schon mal gesichert. Und jetzt noch alles aufgeladen. Klasse. Klasse. Gut, okay. Also diese Lecks sollten die doch wenigstens beheben, diese Roboter. Aus dem Weltall. Sind die schlampig. Gut. Okay, schon wieder Leben. Ach, ich habe eh volles Leben. Also brauche ich die Waffe gar nicht mehr. Ja, ach toll. Jetzt habe ich es wieder versagt. Oh mein Gott. Jetzt Spikes, wo man durchsliden muss. Ihr kennt mich. Ich kann sowas nicht. Oh mein Gott. Wow, das war knapp. Ah, gut. Wenn ich jetzt hier hinschieße, kommt Wasser raus. Das will ich besser vermeiden. Und der Gegner. Yeah. Naja, die Waffe, die ich habe, ist eigentlich nicht so der Brüller. Gegen Gegner denke ich jetzt. Also wenn ich volles Leben habe. Aber ich probiere es trotzdem mal aus. Vielleicht ist es deine Schwäche. Nee. Du bist sogar resistent dagegen. Wow, wow, wow. Alter. Sieht nicht gut aus. Alter. Wow, 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 wow. Ey, übertreib es nicht, Junge. Übertreib es nicht. Also dieser Mega-Mentai ist echt geil. Die Gegner sind echt... Einf... Äh, also... Die haben echt gute Ideen gehabt für die Gegner. Also wirklich. Ich dachte, den Japaner gehen langsam die Ideen aus. Aber nein. Geschafft. Zack, 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 bam, bam. Wir laden uns auf. Und yeah, Mega-Man. Gib's uns. Baller uns so richtig ins Gesicht. Ne, geballert hat er im vierten Teil nur, oder? Hier ladet sich nur sein Beam auf. Toll. Gut, zeig uns mal, was du mit der neuen Fähigkeit kannst. Toll, ein Ball, der sich in drei teilt. Naja. Ja, praktisch. Ist schon gut. You got Saltwater. Haha. Salzwasser. Cool. Gut, das war's. Stage Select, sag ich mal. Ich will immer noch nicht zu Dr. Light. Gut. Ähm. Ne, dich lassen wir immer noch aus. Und wir gehen jetzt zu dir hin. Aber. Bevor dies geschieht, mache ich eine Unterbrechung. Also. Das war's von mir erstmal. Euer Kyle07.